Hallo und herzlich willkommen liebe Overwatch-Freunde! Nächste Runde, jetzt bin ich wieder Bastion, ne? Letzte Episode, halbes Stündchen gemacht, ich weiß nicht wie viele Quick-Match-Runden das waren. Auf jeden Fall gefühlt einfach nur krass, wie die Leute mich rasieren. Was soll ich dazu sagen, ne? Ich komme ins Spiel, ich kriege direkt volles Brot ins Gesicht. Warte mal, wie geht das nochmal? Ah ja, Rechtsklick war Reparieren, Umschalt war der Modus, genau. Und E, was war E? Ach, der hat gar kein E, alles klar. So, aber diesmal habe ich wenigstens Teamleute hier. So, Oh Ja, ich hab ihn nicht gesehen, ey. Oh, da oben fliegen Brawbys. Oh Gott, wieso bin ich auch schon wieder alleine, da kommt nur einer, hat seine Ulti gezogen, ne. Warum ist der so gut mit Genji? Was geht? Alter. Gibt's hier kein MMR? Wird das nicht nach Ligen unterteilt oder nach Spielerfahrung oder was? Oder sind da Smurfs oder sind alle einfach mal 1000 Jahre besser als ich oder was? Ist da nicht normal? Der ist voll drauf, ey. Na klar. Na klar. Alter. Der Heligo hatte einfach mal nix. Ich drehe mich einfach nur und schieße. Ich drehe mich einfach nur im Kreis und schieße, ey. Oh, ist das feindlich. Na hinten. Wer ihn erwischt? Ich glaub schon. Das hat... ...gemacht. ... ... ... ... ... Der Genji will mich wieder. Ich repariere mich. Ich repariere mich, Doc. Ich repariere mich. Ich loote das. Was? Geil. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Pfff. ... ... Es sind zu viele. Tch. Ach, der hat mich mit dem Bob gekillt. Okay. Das ist eure gerechte Strafe. Was? Nein! Ich war schon wieder alleine, schon wieder tausend Leute. Okay. Ich gehe das irgendwie falsch an, ich weiß auch nicht. Guckt euch das an, ich werde immer überrannt von 5, 6 Leuten. Ich muss irgendwie bei meinem Team bleiben. Ich glaube, das liegt daran, weil alle one by one nacheinander sterben. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch, dass es hinter mir ist. Ich repariere mich die ganze Zeit und laufe. Ja, das ist wie ein Hotz, ne? Wenn du einmal in der Death Rotation drinne bist, dann ist es vorbei, glaube ich. Und ich hatte sie da alle, die haben mich echt spät gesehen. Ah, schon wieder Dropsteinhöhle. Wo sind meine Teammates? Alter, ich habe zwei Leute gereckt. Repair, Repair. Das ist einfach egal. Das ist eine geile Ult hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Acht Eliminierungen. Und sechs Tode, ey. Trefferquote, neun Prozent. Ich nehme den nochmal. Nicht genug Spieler. Hnhall. Okay. Lootboxen Okay Heldengalerie Highlights Karriere Okay Interessant Lootboxen Optionen Optionen Sichtfeld Seitenverhältnis Buffering Anzeigen Grafikdetails Mittel Kontrast Helligkeit Gamma Anpassung Wieso sieht das so Finde ich Viel besser aus Als so Oder Als so Gamma Anpassung Was ist das Geil So finde ich eigentlich schöner Oh Ja okay Ist bisschen dunkel Ich drehe das wieder ein bisschen hoch Optionen Wieso ist der Level 74 64 Das 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 Schaut Ich krieg schon wieder einen ab junger bevor ich überhaupt zielen kann, wie ich schon tot Das findet man normal. Ich bin ein Wacken, 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 Wacken! Woran ist der gestorben? Was ist das denn? Das war's für heute. Okay guys Das ist einfach hart Das ist richtig Ja was soll ich sagen Das wird unser Ding jetzt Oh lol Hamster Hamster Move gesehen wollte ich sagen Alter Alter Wo denn Ach da Ey ich wollte doch gerade Ey das ist doch krass ne Einer fliegt über dir Über dich drüber ey der andere Keine Ahnung Was soll ich sagen ey ich bin total überfordert hier Merkt man gar nicht oder Okay So jetzt So da fliegt wieder einer rum Zack Junge Abgeholt Abgeholt habe ich den Wegrasiert So Auch ein blindes Huhn findet mal ein Gorn Haha Ja Ah Wenigstens habe ich nur einen mitgenommen Ich brauche eine Position. Ah, der fliegt hier übelst rum, Mann. Zwei Leute gekillt. Wie das auszieht. Ich bin ja übelst am rum. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich habe zwei gekillt und dann bin ich draufgegangen. Jetzt hat mein Team den Punkt geholt. Ich glaube, so langsam, mostyb is. 1 zu 1. 1 zu 1. Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, cool. Wo bin ich denn hier gelandet? Pokale. Und ein Zockerzimmer. Cool. Ja, so in der Art sieht es bei mir aus. Kleiner Scherz am Rande. Ich renne einfach den Mann so hier hinterher. Oh, okay. Ich bin ja früh. Ich bin ja früh da so. Mekka aktiviert! Statusbericht. Die Bombe wird gesichert. Tiefmaste. Die Bombe wird gesichert. Mekka aktiviert! Mekka aktiviert! Lass die Bremse zu füllen. Mekka aktiviert! Mekka aktiviert! Das ist Anna Huh? Repairing Ah, es läuft doch Repairing, 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 Repairing Ja, Junge War das geil oder was? Boah! Boah, Junge What, what, what? Okay, okay Du willst also mit mir kämpfen, ja? Du willst mit mir kämpfen, ja? Okay Machen wir, machen wir Okay, Repairing, Repairing Oh, das ist ein 2 Okay Der 1 ist down Repairing, Repairing Around die Körner Ah! Yes! Yes! Boah, das war gut Boah, mir ist mal was gelungen, ey, in dem Spiel Krass Da hat man so richtig Richtig Erfolgserlebnis Boah, da hat das aber auch durchgelassen Wahnsinn Ja, ich bin nicht bei den MVPs dabei, aber das ist egal Das hat sich irgendwie besser angefühlt Weiß nicht, was sagt ihr? Würde mich interessieren Ich belasse dich jetzt mal dabei Ah, tschüss!